Das Problem ist auch, bei Kero sind sie nicht umgefallen. Der Kero hat eigentlich fast auf jeder Map eine Pose, wo er eigentlich alleine irgendein Ding muss absichern, weißt du? Da braucht er halt auch seine Lust manchmal für, weil wenn sie nicht umfallen, wie gerade... Ich hab kein Haus. Ja, aber ich sag dir, wenn er auf deinem Haus gewesen wäre, wären sie bei dir ja umgefallen und dann wäre z.B. Mitte, da hättest du alleine komplett alles weggeholt, weißt du? Weiß ich nicht, meine Leitung ist heute eh komisch, kriege ich keinen Tod. Ich kriege es dann, doppelt. Einer war top, glaub ich, bei denen. Alter, fuck, zwei Nade-Kills direkt. Ja. Top, hab ich. Ah, du und du. Na, das ist lächerlich, Mann. In der Kill können meine Nade-Cats neben ihm, ey, ich nur krank gut. Oh, Alter, wo kommt der denn her, Mann? Der geht zurück zu sich am Spawn. Ja, der war plötzlich schon drin. Ja, der ist links ums Maschinenraum. Zwei Nade-Kills, das. Ja. Ja, aber bei mir war lächerlich, Alter. Nade platzt neben ihm, wenn man nur knall rot ist, Alter. In der Kill-Cats noch neben ihm, wie sie platzt, Alter. Krab. Ich sterbe schon schnell, da sind schon auf der nächsten Map. Krab. 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 Oh, danke. Wir haben drei Leute Bescheid gesagt. Ich hab's auch gehört. Was? Aber habt ihr den auch links gehört am Steg? Ja, das Messern, ja. Nein, dass er da war, dass der über Steg gekommen ist, der die Baum erlegt hat. Ich hab kurz was gehört, aber das war mir in der Zischung, deswegen hab ich nichts gesagt. Ich bin voll gehört, Alter. Deswegen hab ich direkt angesagt. Mann, ich kann nicht top, gell? Ich hab Bombe. Keine Stunfleer. Der jetzt stimmt wieder zurück. Stil kommt einer. Ja, hier links hinten. Ja, sprack mich weg mit zwei Schissen. Hier im Top ist einer. Okay, top, top. 2-1-2. Kommt von hinten unser Spawn. Blende auf B. Geh doch auf B. Ja, gehen wir auf B. Komm. Ja, komm. Der kommt, der kommt. Komm zu dir rein. Oh, doch nicht. Rechtsrum noch. Bis. Hier. Keine Sache. Schmeiß mal den Nate links ein Stück länger. Der hat keine Nate. Kev nicht mehr. Ne, ich mein Kev. Hm. Mh. Jetzt wo die sich so zurückhalten hat. Shit. Mann, ich weiß nicht. Ah, er ist hier dumm. Ah, er ist auf der Map eigentlich blöd. Das stimmt schon. Geh mal MP mit, okay? Ja, ja. Mach das. Man sagt, wenn ich keinen stun, dann schmeiß ich auch keine Nate. Der wird gespawnt. Der wird gespawnt. Dann. Tauf in der Mitte. So kommt gleich Maschinenraum. Wir sind noch links hinten. Einer im Häuschen. Maschinenraum down. Einer rechts rum, rechts rum. Einer war glaube ich Steak. Kommt rechts rum. Habe ich. Zauber. Doc, du bist Maschinenraum, ne? Mhm. Dann war Frau wirklich einer Steak. Links hinten im Spawn. Ah, er. Lass den kommen. Mach den einfach. Stell den einfach zu. Mach Maschinenraum. Maschinenraum ist safe. Maschinenraum ist safe. Da kann der nicht kommen. Da kann der nicht kommen. Alles klar, okay, okay. Okay. Was hast du denn alles im Blick so? Hier in der Mitte. Ja, ich guck. Überall mal. Oh, der ist links links links. Ich guck schon. Ich guck schon. Ich guck schon. Mal länger. Da hinten hin. Ich schmeiß die Leute an die Treppe hinten. Hätkic. Was soll ich mit? Wenn ich vorne nicht stunne. Eben hab ich vorne gestunnt. Aber ich waren beide ganz hinten. Also gar nicht verstanden. Nein, ich war vorne noch. Mit. Lass sie liegen, die Scheiße. Oh, egal. Von links gestunnt. Jetzt schmeiß die Treppe hinten weiter. Na, der eine ist noch links hinten. Nur angeflickt. Oh, lass die Scheiße aufgehen. Der ist Hätkic links Treppe. Einer ist weg. Rechts Bombe. Ich guck mal kurz Maschinenraum. Bombe legen. Bombe legen. Wir gestunnt. Okay, ich komme. Dann jemand schießt hier in die Mitte. Alter, die sind übelst. Mann. Das gibt's gar nicht. Ja, leg auf A einfach. Steak schon. Hat jemand das Fenster im Auge? Ja, so halb. Also wenn der runter springt. Hab ich ihn. Boah, da. Ich bin übelst ruhig. Steak war einer. Boah, Junge. Ich glaube Maschinenraum kommt da noch hoch. Ja, Maschinenraum. Alter. Mitte, Mitte unterhaus. Nein, wo kam der denn her? In der Mitte hab ich. Ja, oder war einer von oben runter. Scheiße. Bei den Winkel. Oh, und den anderen hinten am Metal. Hätt ich jetzt gehabt. Ja, fuck it. One on one. Sauber. Sauber. Jetzt hätt ich den Kill gehabt, der hat auch nicht sterben. Ja, sorry. Ich hab da nicht das ganze Vance dann weg gehabt. Alter 0 zu 6, ey. Scheiße, Mann. Ich geh hier nicht mit null Kills raus, ey. Nein. Aber dann kannst du keine Nades Kills machen. Irgendwo. Das ist scheißegal. Kills eigentlich. Und der Nades ist er aufgeschmissen. Pass auf die Nades. Ja, eigentlich nicht. Aber jetzt pass auf nächste Runde. Spar ich mir die Nades komplett und schmeiß die top rein, Alter. Mitte eine. Bei den Duschen hab ich. Ich springe es dahin zu den Splint. Steak. Steak. Steak, warte. Ich helf dir. Ich hab den Nate. Pass auf. Da ist niemand da. Ok, ich guck wieder Maschinenrohr. Wir sind übel Death. Übel, 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 übel Death. Ich hab Probleme. Lass doch nicht wegsprayen. Also ich hab Mittelhaus und bisschen oben. Ich bin wieder geflasht worden. Steak. Ja, warte, ich guck links. Guck kurz. Links ist einer. Ja, Mann. Ich hab den, lol. Ich hab gar nicht gesehen. Ja, Mann. Oben, top. Hab ich auch. Sauber. Geil, ja keine Guilds, Mann. Es geht um die Runde. Ja, einer. Oh, lol. Hey, geht wieder zurück. Guck weiter, Maschinenraum. Kräfte. Mittel. Hier, Wohnzimmer. Sauber. Nice. Killer. Ja, ich bin einfach der Sitzungbüter. Hinten über den Spawnrior kommt. Ich hab gefangen. Ich mach ja hier Teamplay, weißt du. Auf der Null-Kilter war, weißt du. Im Fall der Fälle. Der Fälle. Der ist da gewesen. Der ist da gewesen. Der Rocking Donut nenne ich mich dann, ey. Kommt der da hingesprungen? Gerade in dem Moment, wo ich mir am Auge kratze, ey. War behindert einfach. Immer die schlimmsten Momente. Dann denkst du dir, warte, der kommt gleich. Ich kratze mir später Sorge. Ich werfe mal Nade hoch. Top. Top down. Sauber. Nein, Mann. Oh, was für ein Time-Luck. Links hinten. Ja. Oh, Alter. Wie die Nades werfen. So lucky, Mann. Einfach gegen die Runde. Yo, Steck war einer. Two and two. Two and two. Steck war grad einer, ne? Ja. Er kriegt die Bombe und geht auch hoch ins Haus. Wenn seid ihr zu zweit oben. Da ist. Oh. Halt runter. Alter. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der sitzt da in der Ecke. Gleich rechts. So. Oder links tritt's in der Ecke. Sauber. One and one. Schade. Schade. Damit er dir einen Back gegeben hat, ey. Alter, guck ich ihn dir an, ey. Big Scope. Wie wenig er rot ist, Mann. 1000 Hitmarker, Rekhev. Komm, eine Runde noch, hier. Bei mir hab ich schon zwei oder drei Hitmarker. Einmal noch nicht verteidigen jetzt. Die kommen bestimmt Maschinenraum. Ja, ich end da gleich, ja. Weiß nur ne Schockladung rein. Ja, ich werfe noch ne Flash. So. Wo und zum mal unten. Ich guck nicht rechts, ne. Reg ist auch, ja. Wo und zum mal, ach scheiße. Zwei Stück unten. Top war auch eine. Andere von Top. Er ist eigentlich rechts abgedeckt. Ja. Da ist jetzt einer Hausbremse, ein kleines Haus. Einer ist rechts durch, Reaper schon, ne? Der ist da drin. Ok, ich geh da ins Haus, rechts. Ich glaub der sitzt da irgendwo in der Ecke. Oh mein Gott, das gibt's doch gar nichts. Du, lol, Teamkill? Ja, Reaper hat mich nicht irgendwie. Ja, ich kann nicht durch Blech, Wallbang, aber durch alle Wände. 2-on-1 Rechts, rechts. Einer noch, einer noch. Besser! Nein! Ah, schack. Sorry. Um eine verdammte Runde, Mann. Habe ich nicht gecheckt, keine Ahnung. One-Shot. Lol. Ja, willkommen bei Black Ops 2. Da war auch da einer. Ich weiß nicht, ob da eine... Ich weiß nicht, ob da eine... Das ist bewacht. Lass mal lieber auf A legen, denn... Ich kann mal durch Maschinenraum, aber wartet kurz dort am Anfang. Und dann... Bis dann. Die... Maschinenraum. Wie hat er mich gesehen? Ach, lol. No, er sprayt. War komplett. Warum oben? Lol. Ich bin so hessisch, Mann. Ich bin so ätzend, Mann. Alter, er kommt grad von den Schlauchbooten von vorne und schmeißt einfach eine Random-Nade und... Ach... Der Schwimmbaum war auch einer. Ja. Ich komme jetzt aber alle auf mich zugelaufen. Mhm. Ich gammel. Na Gott, Alter! Ich bin gammel, Alter. Lass jetzt auch gammeln, Alter. Lass scheiß auf die da drüben, Alter. Die müssen zu A irgendwie kommen. Wir verteidigen jetzt. Ich hab ja das Spiel noch nicht, Alter. Wie ich auch so geteamkilled hab, Mann. Einfach gammeln. Genau so wie die, ey. Das ist zum Programm, Alter. Ja, ich hemm wieder Maschinenraum ab. Geh gar nicht über die Mitte drüben. Zauber. Zauber. Der Weg ist jetzt offen, Jungs. Kurz. Hell, kommst du wieder. Ich bin... Steck ist... Steck. Ich sehe Steck noch. Werfen wir den Nate zu Top? Nein, ich bin auf dem Steck drauf. Ich bin gestern. Einer kommt bei mir hier rechts. Ist'n? Ist der durch rechts? Nein, der kommt aber hier. Der kam angerannt gerade. Ich bin... Gammeln noch ganz hinten im Spawn, Alter. Ganz hinten sind die, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Heiß drauf. Einfach hinten bleiben. Übel. Siehst du, wenn der rechts bei mir durchläuft? Nein. Ich hab nur Mitte und Top im Blick. Top halb. Reaper, du hast Maschinenraum. Jo, da kam ne Flash. Maschinenraum. Und ne Nate. Ich bin sicher. Maschinenraum, hab ich einen? Noch einer. Bombe bei mir, Bombe bei B. Jo. Maschinenraum. Schön. Besser. Scheiss Gammel. Jetzt kommt Raun noch. Alter, ich hab noch jüngste Camper. Ich weiß nicht, wie man auf Hijacked so gammeln kann, wie die jetzt mal. Ohne Witz. Ich hab mal jetzt in der vorletzten Runde. Der kam... Ich hab schon mal gesehen. Der kam vom Schlauchboot hinten, Alter. Da kam der an. Schmeiß die Nate einfach random da oben. Ja, ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch eben vor... Vor vier... Ne Quatsch, warte. Ich lach nicht. Alter. Okay, jetzt nochmal konzentrieren hier. So, Jungs. Macht sie platt. Jo. Ja. Dero. Wenn wir Argo machen, soll ich Mitte rennen oder mit dir? Weiß nicht, am besten bei oben mit... Doktor mit. Dass oben das safe ist, dass keiner von den Leitlinnen kommen kann. Ja, okay, dann renne ich durch Mitte. Ja, aber nicht, dass du abgeamt ist. Ja, das machen die nach der ersten Runde, glaub ich, gar nicht so. Rauch, top. Bei den Leitern. Bestand. Bombe liegt links oben. Server. Server hab ich. Einer rechts aus bei mir. Ich hab mich aber weggezogen, weil... Und hier oben hoch. Hier links oben. Serverraum. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Das ist Silent Hill. Bleibt hier einfach drin. Silent Hill, Alter. Ey, das ist Silent Hill. Seid ihr zu zweit oben, oder was? Ich bin unten. Ich aim die Tür. Ich komm mit nach oben. Habt ihr die Bombe bei euch? Ja, okay. Stopp die Tür. Zero. Yo. Yo. Ich guck so immer. Reaper, setz dich ein bisschen mehr nach rechts. Wenn der einfach durchläuft, dann verpasst du ihn. Ja, oder komm hoch auf die Treppe, dann sind wir hier alle zentral. Er hat die ganze Tür im Blick. Das passt da hin. Ja. Er ist almost up. Er hat das Strom. Tür. Sauber. Aber weißt du, wenn der da links sitzen geblieben wäre, dann hätte er durchgesprintet, dann hättest du ihn verpasst. Weißt du? Obwohl, der hätte auch keine Schock gehabt. Ja, er wäre... Leere und dort waren, aber trotzdem. Trotzdem. Man weiß ja nie in dem Spiel, weiß ich. Kann sein, dass er so ein 360 kriegt. Und dann noch Messer hinterher. Und dich dann auch noch kaputtstampfen, oder? Ja. Wollt stampfen. Leider. Ja, so ein Heschtfunk mit Kopfnuss. Dann gehen wir auch auf A. Aber ich geh dann über Mitte. Okay. Ja, du griechst auch Mitte. Na, egal. Ja, eigentlich war ja gedacht, so ein Kreischtick auf A, weißt du? Sauber, hab ich einen. Sauber. Warte, Schwäch gehabt. Ich hab aber da irgendeine abgeaimt. Ich leg die Bombe. Geht mal einer Crawler, ich aim leichter ab. Mach ich. Okay. Crawler bin ich. Ja, Crawler. Äh, Server kam ne Granate. Von Brücke aus, glaub ich. Ja, Crawler. Crawler ist down. Schmeiß ne Nate hin. Oben. Leider. Ich bin unten bei denen beim Eingang. Server hab ich einen. Server noch. Three on one. Mach unten bei denen Eingang, ja. Glaub ich hab unten ne Tür gehört. Oben durste. Ich bin dann. Ah, Server. You have succeeded. Get ready for the next round. Was der denn für'n Jump gemacht da? Hm. Läufen rein. Gegen die Wand, oder was? Waaay. Schau. Guck mal, jetzt ist das ganz komisch. Alter. Was wär'n Lauch. Einen Grind gemacht. Ebel. Der wollte uns zerstampfen. Rennt den nicht rein. Jaja. Du. Also nächstes mal renne ich mit Clero der Dock mit, weil... Werde ich schon abgehängt. Rauch bei mir. Hier waren unten links schon die Türen offen, ne? Passt auf. Zwei unten. Zwei unten. Einer noch. Einer noch. Der geht hoch. Hat AR. Ja, da ist ne Nate aufs Server gekommen. Server hab ich. Ah Doc, sauber. Ist da die Bombe? Guck mal Doc. Ja, Bombe hier. Bombe wieder hier oben. Ok. Oh, ich hab bei mir nachladen. Ich hab bei mir nachladen gehört irgendwo. Das war ein Sound. Reaper guck du da. Cap, komm her. Hier ist die Bombe. Ich bin unterwegs. Ich hab ein bisschen längeren Weg. Tut mir leid. Seh ich nicht ein. Wo sichert ihr ab? Der ist bei mir. Der ist bei mir. Sauber. Reaper hat ihn noch. Mhm. Ja, ich hab nur eine Kugel gegeben. Ich hab den aus der Hüfte irgendwie nicht getroffen. Keine Ahnung. Nochmal A oder wat? Ja, ich kanns noch mal probieren über Mitte. Aber ich glaub... Ne, wenn die dich abheben, ist das scheiße. Ja. Von was? Heli oder was? Ne, keine Ahnung. Von der Mitte unten bei den Kisten. Weischt. Also bin ich jetzt quasi alleine. Ok, gut. Ich kann auch mit dir rein. Verklärung. Abzache Reaper oder Doktor haben eine AR dann am Stab. Ich hab keine AR. Ich auch nicht. Dann renn ich mal unten durch. Kev, warum gehst du nicht hinten absichern? Ich geh oben. Abzuh. Aber weil ich eben auch hier oben bin. Eine Crawler. Ja, scheiße. Top down. Habt ihr den Crawler noch? Crawler gestunnt, Crawler gestunnt. Ja, ich bin alleine. Aha. Eigentlich brauchst du doch keine zwei unten hinschicken. Reaper, weißt du? Ja. Wir waren viel zu viel kurz. Zwei Leute da oben, zwei Leute unten. Ne, ich dachte, Kev bleibt in der Mitte irgendwie gemacht. Backup oder so. Egal, scheiß drauf. Komm. Ich kann auch mal versuchen zu oben rein. Aber ne. Ne. So dumm. Wenn dann. Oben Crawler. Schade. Oh nein. Ich hab mir auch in den letzten Moment erst gesehen. Ne, wir machen das so, dass Kev hinten bleibt und Reaper mit AR dann irgendwie hochgeht. Ok, dann geh ich oben mit AR rein. Das war ja eben mit unten bei dir. Deswegen, weil ihr gerade gesagt habt, AR mit auch unten. Nein, da würden alle vier da rein gehen. Naja, ist egal. Scheiß drauf. Weiter geht's. Kein Problem. Nehmen wir jetzt. Jetzt braucht man eine Mitte eigentlich, wo ich immer mache. Das ist wohl gut. Das ist erotisch. Rauch, Rauch, Mitte. Sauber. Einer noch, Alex. Vorraum. Ja. Bleib hinten. Komm. Andere war bei mir, wie es rauskommt war. Vorraum war noch einer hier bei AR. Sauber. Noch einer. 1-1. Einer B hier außen. Das ist der letzte. Oh, wo ist der andere? Ich hab's nicht so die ganze Zeit auf ihm drauf, ey. So AR, ich geh hoch, ja. Mhm. Cool. Eero, wenn du unten reinst, kannst du den... Ähm... Reaper da oben... Ich weiß nicht, ich kann ihn ablenken oben, aber ich werd ihn nicht abschießen können. Ja, neben... Nee, nee, kurz raus, wenn das ja auf dich aimt, dann hole ich ihn. Ja, der versteckt sich hinter der Wand da, ne? Na ja, Reaper da oben ist ein Dingsbums, ein MP-Spieler noch bei uns, ne? Ja, dann musst du als erstes weinen. Mhm. Lass mich durch hier vorne. Ja, ich lass dir den Portschritt. Warte, ich sag dir, wenn du andenken kannst. Der ist schon... Alter, der ist schon nett durch, Mann. Der ist dann... Der ist dann... Der ist dann... Ja, ich bin rot wie Sau. Alle down. Alle down, Mann. Alter, wie schnell der da war. Mhm. Ja. Das... Das war, weil wir uns gerade eben gegenseitig geblockt haben. Übelst. Also, Reaper, Cleo und ich, wir haben uns alle drei gegenseitig geblockt. Probier dann nochmal... Probier dann nochmal nächste Runde über Mitte, okay? Machst du nochmal Mitte? Ja. Dann mal durch. Dann nächste Runde. Also hoch dann. Mitte. Ja, ja, klar. Wir gehen nächste Runde auf B, ja? Ja, okay, dann mach ich. Oder so. Ja, aber die werden nächste Runde auch auf A up-aimen, alles. Ja, stimmt schon. Rauch bei mir. Einer geht auf B. Mindestens einer auf B, zwei Leute auf B. Alter, stirbt doch mal, ey. Bei B top. Nur kurz Brücke. Also den Apeimer von hinten hab ich, glaub ich. Boah, da ist einer runtergesprung zu Container. Auf Gras. Runt einer durch. Gras ist weak. Nein. Der sitzt da in der Ecke. In der Ecke. Ich seh den nicht, ich seh den nicht. Rechts, rechts. Rechts, rechts. Habt den. Der letzte bei mir? Sauber. Oh, Cleo, du Biest. Jetzt B. Schnell B, Alter. Ja. Aber wir brauchen aber noch einen in der Mitte, die up-aimen da. Ja, Kev. 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 Okay. Okay. Ich schmeiß einen Stun. Ja, ich auch. Nichts gehittet. Ich auch nicht, ich geh da gleich hoch, ne? Ja. Alter, wo der sitzt denn in der Ecke? Der ist hochgerannt. Ne, ist er nicht. Sauber. Habt den. Wir haben einen Bomben-Spot. Einer ist Heliport. Ja, muss ich auch. Habt einen, danke. Alter. Einer ist vom Eingang hier, Heliport. Einer ist bei uns oben. Komm, wir gehen ins Haus rein. Einstecken, Alter. Waren wir auf A gehen, oder was? Waren wir auf A gehen, oder was? Mhm. Nein! Oh, scheiße, wo er sitzt, Mann? Sauber. Das Drehen dann lautlos, oder? Ja. Ja. Also, annähernd. Ja, warte mal auf der Richtung. Sauber, Digga. Sauber. Machine Gun ready. Yes, Jungs, jetzt. Wir haben die Filmlage bezwungen, die Filmlage...